Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Um die Dynamik hinter einer Pandemie wirklich zu verstehen, kann manchmal auch ein Blick in die Geschichte helfen. Auch das Jahr 1889 zum Beispiel. Auch damals hat sich eine Atemwegsinfektion in kürzester Zeit um den gesamten Globus ausgebreitet. Ihren Ursprung hatte sie in Zentralasien, aber weil sie in der Hauptstadt des Zarenreichs erstmals aufgefallen war, wurde sie als russische Grippe bekannt. Die Krankheitsbilder sind ausführlich dokumentiert. In Großbritannien zum Beispiel im rund 350 Seiten dicken Parsons Report von 1891 und in Deutschland erschien ein Jahr später ein umfangreicher Bericht des Vereins für Innere Medizin. Aus diesen Quellen und molekularbiologischen Daten jüngerer Zeit ergibt sich ein Verdacht. Nicht ein Influenza-Erreger war für die historische Pandemie verantwortlich, sondern ein Coronavirus. Eines, das mittlerweile endemisch geworden ist. Andro Euning mit der ganzen Geschichte. Europa am Ende des 19. Jahrhunderts. Über viele Jahre hinweg ist die Zahl der jährlichen Grippetoten stetig gesunken. Doch dann naht der Herbst des Jahres 1889. In St. Petersburg verbreitet sich eine ansteckende Atemwegserkrankung. Husten, Husten, Fieber, aber auch andere Symptome, die weniger typisch sind für eine Grippe, sagt der Mikrobiologe Harald Brüsso. In den medizinischen Aufzeichnungen und Zeitungsartikeln ist von Appetitverlust, Übelkeit und Erbrechen die Rede von anhaltenden Erschöpfungszuständen. Und dann kommen einzelne Beobachtungen dazu, wie zum Beispiel, was man heute Brain Fog in der englischen Literatur nennt, also dass man sich einfach noch nicht konzentrieren kann und einfach noch nicht voll da ist. Und was ich sehr auffällig fand, den Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Die rätselhafte Krankheit breitet sich in Windeseile aus. Sie springt vom Zarenreich nach Berlin, Wien und Paris. Anfang 1890 kommt sie in London an. Von dort schafft sie es nach Nordamerika. Innerhalb von vier Monaten hat sie sich schließlich um den ganzen Globus verbreitet. An der Krankheit starben vor allem ältere Menschen. Kinder waren weniger betroffen, Männer häufiger als Frauen. Auch das untypisch für die Influenza. Wenn man sich die Berichte anschaut, dann fällt einem auf, dass da sehr vieles an Covid-19 erinnert. Medikamente gab es damals nicht. Die Ärzte behandelten bloß die Symptome, indem sie fiebersenkende Arznei verschrieben. Oder aus heutiger Sicht eher obskure Mittel. Wie zum Beispiel Phenol, das dann eingeatmet wurde. Was natürlich medizinisch nicht nur Unsinn ist, sondern gefährlich ist. Atemschutzmasken waren noch nicht gebräuchlich. Die Kranken wurden zwar isoliert, aber die Kontaktpersonen kamen üblicherweise nicht in Quarantäne. So lief die Seuche ungebremst durch alle Bevölkerungsschichten. Schulen und Universitäten mussten geschlossen werden, weil die Lehrkräfte fehlten. Die Post, die Feuerwehr und andere kritische Infrastruktur kamen zeitweise zum Erliegen. Und als die erste Welle vorbei war, folgten weitere bis 1891. Je länger die Ausnahmesituation dauerte, umso gleichgültiger wurden die Menschen schließlich der Seuche gegenüber. Weil die Menschen einerseits dem Ganzen hilflos gegenüberstanden, die Medizin nicht viel anbieten konnte. So scheint mir von der Literatur her ein gewisser Fatalismus vorgeherrscht zu haben. Aber der ging dann relativ schnell auch in psychiatrische Symptome über. In manchen Aufzeichnungen wird von einer erhöhten Suizidrate berichtet. Möglicherweise als eine Manifestation der neurologischen Spätfolgen. So wie auch die Erschöpfungszustände, die Schlafstörungen und andere psychische Symptome, von denen damals viele Infizierte dauerhaft betroffen waren. Die Medizin prägte dafür eine ganze Reihe von Bezeichnungen. Von nachgrippaler Depression bis zur Melancholie. Das alles könnte Rückwirkungen gehabt haben auf die gesellschaftliche Befindlichkeit. Und etwas gewagtere Hypothesen gehen sogar davon aus, dass die Geisteseinstellung sich geändert hat und dass die russische Grip auch nennenswert zu diesem Fin des Siegles Stimmung beigetragen hat. Aber das ist natürlich Spekulation. Als Gastwissenschaftler an der katholischen Universität Löwin wälzte Harald Brüsso alte Akten, durchforstete historische Quellen und fahndete nach Fachliteratur zur Pandemie von 1889. Dabei stieß er auch auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2005, die ebenfalls an jener belgischen Hochschule entstanden war. Die haben ein saisonales Coronavirus sequenziert und festgestellt, dass das Molekular sehr ähnlich mit einem Bovinen-Coronavirus ist. OC43 gehört zu den vier endemischen Coronaviren, die bei den meisten Menschen für Husten und triefende Nasen sorgen. Es sind heute weitgehend harmlose Schnupfenviren. Die belgische Forschungsgruppe hatte berechnet, wann OC43 hervorgegangen sein könnte, aus dem Bovinen-Coronavirus das Rinder befällt. Ergebnis 1890. Plus, minus. Also jener Zeitraum, als die russische Grippe von Zentralasien aus die Welt überzog. Das sind alles bloß Indizienbeweise dafür, dass nicht die Influenza damals für mindestens eine Million Totesopfer verantwortlich war, sondern ein Coronavirus. Und das verschwand nicht wieder. Über neun Jahre hinweg flackerten kleinere Ausbrüche auf, bis zu einer heftigen Krankheitswelle im Jahr 1900. Varianten des Ursprungsvirus könnten die Ursache dafür gewesen sein, vermutet Harald Brüsso. Weil auch Reinfektionen, Wiederinfektionen von Leuten berichtet wurde, das ähnelt so den Corona-Infektionen mit neuen Varianten. Aber da wir keinerlei Virusisolate von dieser Pandemie vorliegen haben, bleibt das natürlich im Bereich der Spekulation. Die Menschen wurden jedoch zusehends immun gegen den Erreger und auch das Virus könnte sich abgeschwächt haben, evolutionär angepasst an seinen neuen Wirt. So wie auch SARS-CoV-2 mit der Omikron-Variante. Von ihr wird erwartet, dass sie das Endspiel der Pandemie noch in diesem Jahr einleiten könnte. Und irgendwann genauso harmlos sein wie OC43. Die Frage ist bloß, wann? Wenn man diese alten Daten ansieht, mit dem mehrfachen Aufflammen, könnte man pessimistischer sein und sagen, das ist vielleicht mit 2022 noch nicht getan. Da muss man aber vorsichtig sein. Der Stand der Forschung und der medizinischen Technik ist heute eine ganz andere. Man hatte damals überhaupt keine Vakzinen, man kannte Gesichtsmasken nicht. Also von der Hinsicht darf man da etwas optimistischer sein.